Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, der Riccardo hat mir einen Aussichtspunkt gezeigt und wir müssen das natürlich gleich verifizieren, ob wir da tatsächlich bis in die Schweiz hinüber sehen. Scherz beiseite, vielleicht hohe Wand, das ist die hohe Wand vor uns und man sieht da tatsächlich sehr schön hinunter. So eine kleine Lichtung ist das. So, jetzt schmeiße ich die Stöckchen einmal kurz zur Seite, ja hoppla, da los, sehr schöne Impression, weil danach werde ich wahrscheinlich nur noch eines oder kein Video machen. Auf jeden Fall war es heute wieder ein sehr, sehr schöner Tag, wunderschöne Stimmung, tolles Ambiente, exzellente Leute, wirklich, wir sind, ich möchte schon sagen, wir sind Elite, also da kann man sagen, was man will. Aber hier ist doch sehr, sehr viel Wissen unterwegs, weil wir recht gut informiert sind, so würde ich das auch bezeichnen. Ja, tolle Stimmung, tolle Abendstimmung, gut, das war's, Ende. Ja, das war's.